Noch 10 Siege bis 5.000 MMR. Das ist der Plan. Und guck mal mal, wie viele Spiele wir 10 Siege brauchen. So, ich spiel in dieser Runde den Touch. Nicht Blightstone, Smoke wollte ich noch kaufen. Dann machen wir das mal den ersten von den 10 Schritten. Hoffentlich. Guter Ding, ey. Niemand braucht einen Butcher. Niemand braucht einen Butcher. Dota, Dota, Dota! Na, jetzt steckt der hinter dem fetten Sack fest. Es ist in der Lange! Es ist in der Lange! Zu spät. Zu spät. Das könnte auf jeden Fall ein Youth-Zepter-Spiel werden. Gegen Slada-Debuff. Gegen... Ähm... Silence. Gegen Invoker-Kombos. Gehen wir es in 30 Sekunden nach der Battle. Gehen wir es in 30 Sekunden nach. Porque- Gehen wir es in flüssiger Jordan! Gehen wir es in 30 Sekunden nach. Tiere Dotypenulen wir es nicht neben den Web-Z glide. Gangenolut so in die Flüssigkeit. Und das Entất sind diesbü Aven cellen., Gehen wir zurück. Ich triffte mich mit einem random Sunstrike noch. Ja, das war... Ich muss ein bisschen auseinandergehalten. Das war der Anfang, weil es nicht schlecht ist, aber ich bin gewundert, warum wir es nicht ganz geschafft haben. Schneller. Okay. Okay, das ist bitte. Pingeling, pingping. Er ist bestimmt nicht... Winter war ganz schuld gewesen. Ich muss noch auf Arctic Burn warten. Harass. Harass. Musst Weaver ein bisschen. Harass Lada, when you're not last hitting, Weaver. Not out of the... Harass Lada. So, dann können wir auch was machen danach mal. Okay, just... Let's just leave the lane. Weaver's just... Doing this on purpose. Okay. Report Weaver. Leave it. Whatever. Okay. Okay. Ja, der, weil er nicht sofort einen Sentry Ward hatte. Feed er jetzt. Gut. Wird ein bisschen dauern mit diesen... Mit den... Ein Spiel länger mindestens. Mit... MMR. Oh, schade. Gehastet. Ist ja, er ist öfter mal die Idioten im Team halt. Ja. Ich werde mal die alle spiele. Ich lasse ja sonst immer total bescheuerte... Ähm... Spiele raus. In diesem Fall werde ich euch mal auch auf YouTube alle Spiele, die auf dem Weg zu 5000 MMR mitkommen, mitgeben. Weil immer wieder mal interessante Sachen wie das dabei sind. Wann stand ich so lange da? Hm. 90 Damage. Der Hook auf Level 1 nur. Yay. Voll Idioten im Team. Ist auch ein bisschen komisch aus, gerade. War da noch... Der war eigentlich nicht mehr gepounced. Dann so... Wer pausiert, warum? Manche Leute sind auch so ein bisschen wirklich doof im Kopf, einfach. Schade. Aber so verschenkte Spiele... Vor allem musst du... Du verschwendest... So ein Spiel kostet dich locker anderthalb, zwei Stunden. Du verlierst das Spiel, minus 25 MMR, und du musst ein anderes Spiel gewinnen, um erstmal wieder zurück auf das gleiche Niveau zu kommen. Also du verlierst praktisch die Zeit von zwei Spielen mit solchen Leuten. So. So. Und so. Oh. To. Oh. To. Okay. Wait for me, Mid. I'm coming. Schauter. Sein Suns 2 kassiert. Sieht ganz so aus. Ne, ist er leider zum Heilen da hochgegangen. Schauen wir mal. Warten wir mal. Das Spiel ist eh vorbei mit Weaver. Safe. Okay. Ich dachte, der Shadowfinder kommt in die Mitte. Tut er leider nicht. Deswegen habe ich eigentlich in der Mitte gewartet, weil ich dachte, der Shadowfinder kommt gleich wieder. Ja, aber den Slug kriegen wir auch nicht. So ein bisschen. Warum wollen wir denn? Was will er denn, dass ich oben bin? Wenn der Laien da ist? Okay. Gegen den Slug. Was will es da machen? Level 5. Wir können ihn retten. Der Laien gerade gewartet. Der Laien wardet hier. Okay. Ne. Da ist viel, gehen wir mal nach unten. Das ist jetzt egal, das Spiel. Leider. Nicht viel passieren. Just don't... Don't get invested in this game. This game is over. They won their offlane. They won their safe lane. They won their mid. And we have one player who doesn't even try. So it's just over. Just report Weaver after the game and... Shit happens. You do know, your bottom tower is being attacked, right? Passiert das manchmal. Muss man leider mitleben. There's a ward here and we can't kill Slark. I don't know what you think. How are you able to kill him? Missing Mito. So, zumindest mal Boots holen. 1 TP. Kann ich mir fragen, ob ich ja Kate bin oder ob es in der Uhrzeit liegt mit der Stimme. Ich glaube, es liegt an der Uhrzeit. Ehrlich gesagt. Nicht an... Dass ich erkältet bin. Na, schade. Kommen gerade die Creeps. Schade. Arctic Burn. Hat ja keinen Mager mehr gehabt. Once again. Digital Sports. Ich würde mir das vorher verbraucht für den Splinter Blast. Was mich halt immer ärgert ist, ist einerseits das Spiel an sich, weil es verschenkte Zeit ist. Aber wir wollen ja auch ein bisschen was, wie gesagt, erreichen und ein paar andere Sachen zeigen. Und das kostet einfach nur Zeit. Die halt woanders ist. Einfach nur sinnloses Rumgepimmel. Das hat so ein bisschen das Problem an solchen Spielen. Das frisst einfach Zeit von anderen Sachen. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Er ist wirklich ein Idiot. Was soll er erklären? Er ist einfach nur ein Raging Kid. Er hat 4 Worts, er hat ihn in 1 Spot. Er ist Feeding auf purpose. Mute ihn. Report ihn nach dem Spiel. Er kann er in Low Priority machen. Es geht nicht darum, was er ist. Das Spiel ist vorbei. Es ist aber das passiert. Er kann er in Low Priority machen. Er kann er dort. Vielleicht ist er in Low Priority 90% der Zeit. Leute machen das da. Er ist an das. Er will zurück. Warum machen wir mit solchen Leuten reden? Als würde das irgendetwas bringen. Dann erklären sie plötzlich. Ach so, das ist natürlich ein sinnvoller Grund. Jetzt verstehe ich es. Dann ergibt plötzlich alles einen Sinn. Genau so wird es passieren. So und nicht anders. Ja, ich habe zu spät gesehen, dass so wenig Mahn hat. Dann hätte ich halt die Mango noch geben können. Das stimmt. Sind wir zu zweit hier unten. Nächste hier unten kommt wohl keiner hier. Mach das hier. Danke. Oke. Danke. Wir töten uns, wir töten uns. Hä, wie hab ich denn noch gek... Should've just arctic burnt him instead of using cold embrace. Could've killed him there much faster. Hm. Ist einfach reingelaufen. Wenn wir vorher mit Splinterblast oder mit arctic burn was machen können, dass er nicht so nah rankommt. No. Ja. Guck mal ein TP's. Wie hab ich gewünscht, um nach unten zu gehen. Warten, dass das Lada-Ulti abgelaufen ist. Ich will ganz gerne mal Level 6 wählen. Jetzt hab ich hier leider... Hm. Jetzt hab ich Level 6 auf Winterweilen. Ja. Soll ich... Soll ich jetzt Boots holen? Oder... Brauchen wir eine Seite? Eigentlich was? No. Nooo... You died twice right at the start. That's not on our support. We're not blaming you, but that sentence is just not right. So. 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 Ich würde Level 6 werden. Dann gucken wir mal weiter. Ja, muss dann den Creep vorbeikommen. Jetzt haben wir gleich wieder Arcane-Woods. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht weiß, wo der Slada ist. Der Shadow Fiend ist im Jungle. No. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Plan ist. Ich bin da, weil wir das noch spielen wollen, weil ich will an der Winterweibungsstelle schon ein bisschen geworden. Ich will jetzt mal meine Excel-Lens fertig machen. Egal wo Weaver ist, äh, wo Weaver ist, da will ich nicht sein. Man geht ja nicht auf Blinkdäcker als erstes. Geht auf Armlet. Sollte eigentlich ganz gut für uns sein. War ich eben nicht nahe genug für den Kill? Auch ein bisschen albern, oder? Stand doch direkt daneben. Bisschen albern. Ob er hier einen Abhill-Ward hat? Gut möglich. Geh einmal High-Ground, damit wir was sehen. Kann ich extra nicht zeigen. Extra mich nicht zeigen. Ich weiß mal, die Arcane Boots. Die Bombe ist immer ganz nice. Soll ich mal die Excel-Lens fertig, dann hole ich nochmal einen Smoke. Hätte auch mal den, auch so seine vier Wards hat er irgendwie nicht mitgebracht. Oh, ich brauche einen neuen Pfeil. Die Strukturen sind fortified. Die Midtower ist schmerzend. Oh, ich brauche sie! Ich werde sie haben. Ich werde sie nicht mehr schmerzen. Ich werde sie nicht mehr schmerzen. Müssen wir warten, dass mein Ult wieder ready ist. Ich muss ihn mal hier an der Seite verstecken. Ich weiß nicht, ob er das hier schon gezeigt hat. Glaube ich nicht, dass wir erst starten. Wir haben fast den Slug noch gekillt. Wenn er aber stumpf gerade da ist. So, disassemblen schon mal. Oh, wie wundervoll. Dein Mitteltower ist hier in der Nähe. So, ich will nochmal einen Smoke. Oh, was ist andersrum? Ich will die Kapiste. Dann nochmal einen Cent für hier. Vielleicht da kaufen. Hm. Was hat er da denn probiert? Shadowfiend, kannst du zum Top kommen? Wenn ich jemanden hockst, kannst du ihn runterkommen. Du warst es hier, vorsichtig. Mit der Weibern. Und mein Blinkdecker, nope. Dumm, dumm, dumm. Ich habe einen Smoker ja nicht gekauft, stimmt. Ich habe gerade überlegt. Ich war noch im Kurier. Ups. Ups. Nein. Shadowfiend, oh. So nicht. Jetzt gehen sie stumpf nach unten, oder was? Na toll. Ist ja Shadowfiend zu schnell gestorben und dann... Wenn Winter Wyvern das leider nicht macht mit D-Warden, muss ich das machen. Come here Winter Wyvern for D-Ward. Da ist noch eine? Just use arctic burn. Oh, ich will das. Ich kann das. Quer dir das. Ach ja, ich will das noch ein bisschen. Ich kann das nicht Ladies'nacken machen. Wie viele Leute. Ich kann das nicht anders. Ich kann das nicht nach unten nehmen. Ich kann das nicht mehr ein bisschen. Ich kann das nicht mehr sehen, aber das ist richtig. Ich kann das nicht mehr ändern. Ja, Invoker zu hooken ist auch nicht das Beste. Just roll dich auf den Slug. Okay, nice. So, machen wir mal kurz die Tranquils, die Movement Speed. Bis wenigstens da keiner ist. So. Ich glaube, in dem Spiel brauche ich eher die Stärke. Meistens gehe ich auf Mana Region, weil das im Mid- und Late-Game besser ist. Aber wir müssen jetzt mal überleben. In dem Spiel brauche ich mir auch einen Force-Darf statt einen Blink-Dagger. Können wir auch auf Verbündeteinheiten anwenden. Oder erstmal das Youth-Zepter vielleicht machen, das wäre auch nicht schlecht. Ich klicke mal irgendwo dahin, gucke gar nicht. Und dann mache ich noch ein Schreien an. Okay, hier ist ein Vorsicht-Vorsicht-Itsch-Sein. Oh, we hardly can. But we can still play, that's not the matter. But we shouldn't kill ourselves. Okay. 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 Hm, send ulti halt mit nem... Grund her too. Grund her. Dang. Kulti! Tja. Na, beinahe irgendwas getroffen. So. Scheiße, dass wir da nicht ein paar gute Kombos rausgekriegt haben. Das war ein paar Mal richtig knapp. Mit dem Slada. Shadowfiend-Ulti. Treffer vom... Treffer vom Dings hier. Wäre ganz gut gewesen. Vom Centaur. Und durch gehe ich auf die Bladen. Ja, Juzab ist schon relativ gut hier. So, wenn man vom Farmsort hinten liegt. Das war ziemlich knapp. Hätten wir da gerade ein, zwei Sachen gemacht. Oder ein bisschen mehr Glück gehabt. Mit ein, zwei Spells. Wäre jetzt anders ausgegangen. Na, kriegst du schön zurückgekommen. Schade, dass der Centaur dann so viel gestorben ist. Also ich dachte, das ist immer so, hm. Das ist eh relativ wurscht. Das Spiel ist ziemlich verloren, aber... Wasn't das? Ich hoffe, es ist auf den Kopf описании. Also, ich rege meine Vrsheim-Ulti. Also, ich glaube, es kam mir zurück. Das ist natürlich schon wieder so. Da sind wir auch ganz gut gewardet, wie man immer wieder sieht. Krasse Aktion. Krasse Aktion. Nice, mena. Das ist immer schwierig, aber manchmal muss man wirklich aufpassen, ob man jemanden hucken möchte. Manchmal gar nicht, nehme ich so eine gute Idee. Mal gucken. Autsch. Da ist der Dark Pack abgelaufen, idealerweise. Ich habe nicht mit Winterweil und Ulti an der Stelle gerechnet. Wir müssen Winterweil und Ulti lieber beim 2, 3, 4 haben. Ich dachte, dass sie sich zurückziehen. Nein. 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 Ja. Man sieht auch bis an die Movement, dass sie da Wards haben. Da ist ein Blinkdagger und der Invoker hat, na nicht, hat der Slark das. Na, irgendjemand von den anderen was macht. Ich weiß nicht, was der Shady auf ihn gedacht hat, dass er direkt nach dem, kurz oder kurz nach dem Roshan da weg tipeet. Wäre nicht so schlecht gewesen. Und danach gab es die Silence, von daher. Na ja, wir machen Ulti. Gibt es nahe schon gereicht? Ja. 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 Wie ich immer nichts mit dem Kill zu tun habe, immer so ein Assist stand zufällig in der Nähe. Kriege ich ein Assist, mehr nicht. Für mehr reicht es nicht. Ich habe den Ulti auf jemanden gemacht. Geht mal aus dem Weg. Ich habe den Ulti für ein崩all. Ich habe den Ulti hinbekommen. Ja, sehr schön. Das war interessant. Danach, man hat schon ein bisschen gemerkt, ich weiß nicht genau, ob das beim Sand da viel reingespielt hat, dass er dann ist ein paar Mal hintereinander gestorben, ob er einfach auch nicht mehr richtig gespielt hat. Passiert auch manchmal gegen Slug, dass man ein bisschen zu aggressiv ist, das ist, glaube ich, da passiert. Und dann war so eine Kombination, dass wir halt so ein bisschen unten auf der Lane festhingen, oder nach der Rotation, an der es nicht geklappt hat, nicht mehr so richtig Map-Control hatten, sie hatten einen guten Start und dadurch waren wir dann nicht nur, dass die Lane halt scheiße war und dass Weaver halt Quatsch gemacht hat. Also das war nicht nur das Problem, sondern das, was hat daraus gefolgt, das Wintervivon war dadurch unten mit wenig Mana, ein paar Sachen probiert, keine, ähm, keine Centrix woanders, wo wir die gebraucht hätten. Wir haben dann die Wards ewig nicht aufgestellt, die Observer, und auch ein paar andere Rotations waren ein bisschen Quatsch. Das ist einfach so ein bisschen, die ganze Snowball-Effekt von Helden, von Gold-Erfahrungspunkten, von Map-Control und so weiter. Und dann hat man das halt gesehen. Ein bisschen gewartet extra, damit wir nicht nochmal mit dem ins Spiel kommen. Am Ende wollte er dann doch wieder richtig spielen, mehr gesehen dann. Dann spielt er dann doch, hat er nur so einen Rage gehabt, so einen totalen Rage-Anfall. Und dann noch wie viele Minuten weiterspielen normal? Halbe Stunde danach normal weiterspielen. Danach hat er nicht nonstop gefeatet. Es gibt ja Leute, die ja nonstop fielen, die ja dann den totalen Hören-Blackout haben. Aber Weaver hat dann nur so zwei Minuten Hören-Ausfall und dann, na doch nicht, will doch noch spielen und gewinnen. Und dann halt nur noch Scheiße gemacht. Aber was soll man sagen? Solche Leute, sollte sowas für die ganz mal irgendwie ein eigenes Dota geben? Weiß ich nicht. Vielleicht League of Legends, wenn die das spielen. oder – wir sehen uns? Oder – Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.